Hallihallichen Leute, ich habe mein Müsli aufgegessen! Na gut, okay, vielleicht sollte ich diesen Einstieg doch nicht ins Video nehmen. Hallihallichen Leutchens. Ich weiß, ich hab mich lang davor gedrückt, aber ich glaube, jetzt muss ich doch auch mal ein Video darüber machen. Ja, es geht um Patreon. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich hab manchmal schon so ein bisschen unterschwellig quasi Werbung dafür gemacht, weil ich einfach auch, ähm, naja, das nicht so offen machen wollte. Aber ich glaube, viele von euch haben einfach gar keine Ahnung, was es mit Patreon auf sich hat und denken nur, Uah, den jubel Geld, boah, das Geldgeile Schwein, was soll denn das? Deswegen dachte ich, muss ich doch jetzt mal erklären, was es damit auf sich hat. Also, was ist jetzt eigentlich Patreon? Patreon ist quasi eine Crowdfunding-Plattform für Künstler, die Dinge machen. Ja, Dinge. Die Künstler können theoretisch alles machen. Natürlich, sie könnten zeichnen, sie könnten Musik machen, sie könnten aber auch, keine Ahnung, Videos über ihr Müsli drehen. Und wenn ihr euch dann denkt, geil, Mann, Müsli! Dann könnt ihr sie auf Patreon mit einer monatlichen Spende dabei unterstützen. Dabei handelt es sich natürlich nicht um 1000 Euro im Monat von jedem von euch, sondern wenn ihr vielleicht unbedingt diese Müsli-Videos unterstützen wollt, um eher einen Dollar pro Monat. So was ist auf Patreon auf jeden Fall möglich und für den Content-Creator letztendlich eine riesengroße Unterstützung. Was ist denn jetzt eigentlich das Tolle an Patreon? Warum spendet man nicht einfach seinen Lieblings-Content-Creatoren einfach einmal was und dann war's das wieder? Das Tolle daran ist, dass die Unterstützer für ihre Unterstützung auch Belohnungen von den Content-Creatoren bekommen. Geil, Mann! Ein Müsli-Video nur für mich! Zum Beispiel. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es wohl Zeit, um meinen Patreon vorzustellen. Das hier ist meine Patreon-Page. Hier an der Seite gibt es sogenannte Tears. Bei meinem ersten Tear, das ich Ninja-Recruit genannt habe, könnt ihr mich mit einem Dollar unterstützen und ihr bekommt Einblicke in meine Covers. Das heißt, ihr könnt sehen, wie weit meine Covers sind. Natürlich auch, was für Covers ich in Planung habe. Outtakes daraus könnt ihr sehen. Screenshots. Und auch weitere Dinge. Previews, kleine Hörsamples und was weiß ich. Außerdem kann man als Ninja-Recruit bei mir auch fertige Covers in High-Quality downloaden. Nicht nur in diesem Pleb-MP3-Format, wie es sonst immer auf YouTube ist. Bei mir gibt es dann auch noch andere Tears mit ganz anderen Belohnungen. Aber ich hoffe, es ist okay, wenn ich das alles nicht in diesem Video hier erzähle, sondern, naja, sage, dass ihr vielleicht einfach, wenn ihr Interesse habt, selbst vorbeischauen könnt und euch durchlesen könnt, was es sonst noch Schönes gibt. Viel eher möchte ich jetzt zu der Frage kommen, die ihr euch sicherstellt. Ja, und was macht Ninja dann mit dem ganzen Geld? Der Fug? Ich weiß nicht, ob ihr es nicht vielleicht schon mitbekommen habt, aber da ich Fancovers von Vocaloid oder vielleicht auch manchmal Anime mache, gehören keine der Instrumentals wirklich mehr. Und auch die Texte nicht so richtig, nur weil ich sie übersetzt habe, ist die Grundidee ja auch nicht von mir. Also habe ich ja auf jeden Fall nicht das Recht, an den Videos Geld zu verdienen. Also ich schalte überhaupt keine Werbung auf YouTube und verdiene keinen Cent daran. Naja, und da meine Mixing-Skills sehr begrenzt sind und kleinen Ginger auch nicht wirklich zeichnen kann, ich aber unbedingt mit der Qualität meiner Covers gerne wachsen würde, muss ich andere Leute beauftragen, die mir dabei helfen. Und das kann echt ziemlich teuer sein. Also kann ich das Geld, das ich durch meine Unterstützer auf Patreon bekomme, nutzen, um es in meine Covers zu stecken und um sie professioneller zu machen. Zum Beispiel mit eigenen Zeichnungen von meinem Charakter, so wie ihr sie jetzt vielleicht schon ein paar Mal gesehen habt, mit qualitativ hochwertigeren Mixes, eigene Illustrationen für meine Covers oder vielleicht sogar Animationen, die richtig, richtig geil wären. Und all das Geld, das ich durch Patreon bekomme, kann ich halt absolut in meinen Kanal stecken, um meine Videos noch hochwertiger zu machen und noch geiler zu machen und vielleicht das zu verwirklichen, was ich mir vorstelle. Ich glaube, dabei ist es kein Geheimnis, wenn ich sage, ihr freut euch auch an besseren Videos. An dieser Stelle könnte ich mir noch eine mögliche Frage vorstellen, die in euren Köpfen schwebt. Aber Ginger, du bekommst doch auch Geld auf Twitch. Wieso nimmst du das nicht für deine Covers? Tatsächlich muss ich sagen, dass ich sogar etwas von dem Geld auf Twitch für meine Covers benutze, aber eben nur einen sehr, sehr kleinen Teil. Da ich das Geld, das ich auf Twitch verdiene, eigentlich auch nur in Twitch investieren möchte. Und es klingt zwar komisch, aber ich benutze das Geld auf Twitch zum Leben. Das ist ein kleiner Unterschied zu Patreon. Auf Patreon benutze ich das Geld, um es ganz in meine Covers zu stecken und nicht, um davon zu leben. Vielleicht erzähle ich euch deswegen ein bisschen was von mir und es vielleicht besser verstehen zu können. Nächstes Jahr schon werde ich umziehen, wahrscheinlich auch studieren, bin in einer ganz neuen Stadt, in einer ganz neuen Wohnung. Und naja, da muss man sich eben auch erstmal einleben. Man muss zurechtkommen, man muss vor allem alles selbst bezahlen. Und ein wirklich, wirklich großer Anteil von meinen Twitch-Einnahmen wird gerade zur Seite gelegt, damit ich mir das leisten kann. Ist nicht so, dass ich das Geld verdient habe und direkt am nächsten Tag wieder aus dem Fenster werfe. Nein, ich lege mir das echt zur Seite. Naja, okay. Ich hoffe, ich habe all eure Fragen beantworten können und ihr habt jetzt vielleicht eine kleine Ahnung, was es mit diesem Patreon auf sich hat und ihr könnt auch vielleicht verstehen, wieso ich das mache. Was ich damit jetzt aber auf keinen Fall erreichen wollte, ist, dass jetzt jeder von euch losrennt und ich weiß ja, dass einige von euch noch Schüler sind und noch gar kein eigenes Einkommen haben und jetzt ihr letztes Hemd für mich ausgeben. Wer kann und möchte, kann mich unterstützen, tolle Belohnungen dafür bekommen und wer das nicht kann, kann mich damit unterstützen, weiterhin meine Covers zu gucken, Kommentare zu schreiben oder einfach da zu sein. Ich bedanke mich, dass ihr diese 5-6 Minuten durchgehalten habt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eine mega coole Community seid und ich wünsche euch noch einen mega schönen, blumigen, flauschigen, knuffigen Tag. Dankeschön.